hallo mein lieben und herzlich willkommen zurück zu us 15 hier auf der hohe bergmann bei mir sind der randy der frisi und auch ab und zu der manus überhaupt da ich habe gar nicht mehr gehört da ich bin immer da ich bin still und heimlich lauere in meiner ecke und warte die beute zu fressen das passt ja bis sie einmal nicht hinschaut und dann zack springe ich drauf reiße die schlüpfe runter so auf jeden fall okay nach der letzten folge ist das alles ein wenig also was ist zu denn da putzgeböck wie heißen die warte mal diese waffeln so komische waffeln die gab es früher schon dass sie ja genau müssen wir gucken was heute abend ist wir müssen heute auch noch irgendwas kochen weiß man nicht was wir es gibt gestern gab es salat raden nee 100 prozent frisier ne ja so diesmal fange ich direkt hinten an so arschlecken drallala jetzt mache ich gar nicht mehr kann hier jemand anders hexeln haben wir durchgehalten warum ich habe jetzt zwei riesen felder gehexelt wir haben ein komplettes silo voll das wir sagst du gerade verdichten wir haben ein komplettes silo voll ja 200.000 ja die kohle brauchen wir auf jeden fall dringend das ist unser neuer drescher wir haben uns für 200.000 die schon einen leisten welche wollt ihr den holen wir haben uns wieder von drei schloten für den drescher man sagt es noch und noch ein paar tausend für das schneider entschuldigung ich habe dich nicht gesehen ich war im atmen na ja wollten wir einen zusätzlichen kaufen oder einfach einen großen ich würde sagen zusätzlichen wir sind im tor noch drinnen habt ihr da mal geguckt über 6 nach soviel noch so sind wenn er steht da sind bei der reifei sind dann ist alles klar und mich nimmt den jetzt gleich hier also das kann auch runterfahren der So, wie sieht es denn jetzt hier aus, Wotten? Geht das mit dem Verdichten oder soll ich mit dem Dings mal drüber fahren? Das geht, das geht, das hat man langsam fahren. Ist eigentlich ein Unterschied, also wie schwer das ist, wird das da oder ist das... Ja, mit Verdichten meinst du jetzt? Ja. Ja, ja. Komm, ich habe noch ein Zusatzgewicht hinten dran, ich baller mal drüber. Baller mal rechts drüber, ja. Geht das jetzt schneller? Hm, bedeutend. Die schlägt aber sehr langsam. Bisschen Glückwunsch dazu? Na gut. Du drückst das an deiner Stelle ein, ne? Ja. Ich komme, ich glaube, hier auch mal mit Rohren geht das. Ich nehme dir mal den roten Traktor, häng mal den roten Anhänger dran und fahr den mal unter diesen Silo-Turm, schon mal Silage aufladen. Bei diesen großen, schwarzen, ne? Dir gegenüber, ja. 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 Genau dem. Ha. Ja. 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 Natürlich. Da ist genug drin. So, warte mal. Ich sag dir mal ganz kurz, ob hinten der Mischstation was fehlt. Das ist eigentlich ein komischer Platz hier hinten für die Drescher. Warum stehen die hier hinten so eingeferscht? Dann willst du nicht im Weg rumstehen. Naja, aber wir haben doch hier bedeutend bessere Möglichkeiten. Ich fahre meinen Einfall jetzt hier in die Halle rein. Ich wollte gerade in die Halle gucken, ob da Platz ist. Schön. Ich fahr zu. Nicht zu machen. Warum? Weil wir dann nicht wissen, wo er ist. Achso. Wie normal. Alter. Was denn? Ja, drück drauf jetzt. Ich mach gar nix. Warum machst du nicht auf? Warte. Klemmt das? Das ist urisch verrostet. Ich glaub das klemmt. Warte, ich zieh mit. Ich zieh mit. Warte, los jetzt. Zusammen. Jetzt. Warte. Ah, so. Das hat geklemmt. Tatsache. Hier ist aber alles gut eigentlich. Hier oben die Schiene läuft. Naja, klar. Okay. Vielleicht mal ein bisschen Öl dran machen. WD40, ne? Was bescheid? Ja. So, einmal mit dem Anhänger, mit der Silage bitte dann die Mischstation kommen. Ihr wisst ja, wenn sich was bewegt, was sich nicht bewegen soll, Panzertape. Und wenn sich was nicht bewegt, was sich bewegen soll, WD40. Wir haben sogar noch Silage. Weil ich wissen viele unserer Zuschauer gar nicht, was WD40 ist. Das ist allheilmittel. Allheilmittel. Oh, Witz. Zwei und drei schlafen Silage sind hier. Ähm. Ja. Wird überhaupt noch hergestellt? Na sicher. WD40? Klar. Ähm. Weil Silage hin, das ist ganz rechts, ne? Was hast du denn geladen? Silage. Selbsterklaren die Frage. Ja, ich erkenne das Symbol nicht, ob das da rechts ist oder links war. Rechts. Da rein. Geht noch nicht? Doch, klar. Ja. Du und ich, wir reißen die Bomben auf. Oh ja. So, irgendwann bezahlen. Ja. Schlimm. Ganz schlimm. Ich denke mal Hänsel klein oder sowas. Genau in der Musikstil. Fahr mal. Hänsel klein, ich bin allein. Wenn die gehen wir aus dem Weg, wenn hier gearbeitet wird. Stehst generell immer gerne im Weg. Hast du dafür bezahlt? Hast du denn den Lehrer auch gemacht? Über rumstehen und gucken wie andere arbeiten? Hm. Hat er. Ja. Komm mal hier. Fahr mal hier in die Halle rückwärts rein. Ja. Unter das Ruhr. Du und ich. So, wie viel haben wir denn hier drin? 249.000. Oh, wir brauchen wieder Stroh. Na gut, es dauert noch ein Stück bis sie hier rückwärts reingefahren ist. Arf. Ja, ist drin. Dann laden wir Maximum. Wie viel kann der Laden der Anhänger? Also Maximum 44.000 Liter Stroh. Das ist auch voll. Ja, drücken und. Stroh? Stroh. Oh, ja. Weißt du vielleicht wie viel in den Anhänger geht? Nee, ne? 44.000. Ja. Der muss mit 40, da hat er recht, ja. Wie viel? Der muss mit 40, da hat er recht, ja. Aber der muss mit 40. Aber der muss mit 40. Der muss mit 46.000. Mach mal bitte maximal 44.000. Also 43.500 oder so. Ja. Ich weiß nicht, du musst das wieder abgeben. Mach mal 30.000 Schluss. Was? 43.500. Maximal 44.000. Ich mach bei 30.000 Schluss. Alter, Vater ey. Da frage ich mich echt manchmal, ist mein Mikro so leise oder was? Oder was ist denn hier los? Ich hab das Gefühl, da setzt einfach... Da setzt das Hirn manchmal aus. Was? Nicht zugehört. Was denn jetzt? Ich lass jetzt drin. 33. Ich sollte 43. Wie viel hast du jetzt drin? 33.000. Ja, der macht voll. 43.500. Nochmal. Du hast doch gesagt. Ach, Alter. Sieht voll schwapplich aus. Das ist so. Ja. Jetzt 40.000 jetzt drin. Ja. Mischration, mischstation. Ja. Mischration. Mischration. Aber wir haben so viel Mischration. Ja, mal brauchen. Ich werd wieder nervös, weil er mir zukommt. Alle beide. Ja, Randy könnte ja eigentlich arbeiten. Was denn da hinten mit den zwei Maschinen? Sind die gut versorgt? Hinter dir? Ja. Schon wieder alles alle, oder? Ich guck mal aus der Ferne. Weil wir hatten nämlich kein gebeiztes, gar kein gebeiztes mehr. Gebeiztes ist genug drin, da hab ich zwei Anhängerei geschickt. Da, ich werd fertig mit Feld 20 gleich. Tino, mach du mal. Oh man ey. Wie wärs denn, wenn du einfach mal gerade ran fährst, wenn Stroh ganz rechts ist? Ja, ganz links. Weil ich von dir lernen will. Ja, aber das kann ja nicht ein ganzes Leben so gehen, Mensch. Ja, ich werd mich da... Was willst du? Du hast doch nur noch 64 Liter. in dem Traktor. Wow, lol, leck. Oh Gott. So. So. Da würde ich alles reinpassen. 20 ist fertig. Upp, upp. Upp, upp. Upp, upp. Ich geh mal schnell tanken für sie. Ja. Gib mir mal ne neue Aufgabe. Angesehen müsste ja jetzt eigentlich alles sein, oder? Ja, ernten müssten wir auch so ein Quark, aber... Müssen wir mal schauen. Rund oder Quark dabei? Entschuldigung. Rund. Was denn? Ich hab gesehen, wie er den Hof hochkam. Ja, hab ich grad nicht gesehen. Ja, hab ich grad nicht gesehen. Dann holst du die Quaderbeinzange ab. Äh, die Rundbeinzange. Ja. Am Händler. Mit dem Frontladern fahren, ja. Wo steht denn der Frontlader? Wer hat denn den Frontlader? Du, den roten. Das ist ein Frontlader? Ist das nicht der einzigste? Wenn die hat auch noch einen. Nein, der Aktion ist kein Frontlader. Das ist der ein Acken doof. Haben wir nur... Nein. Warte mal, du kannst doch den grünen. Hier, 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 hier. Den grünen, den kleinen, den... Hier ist er. Hier, da, ich hab mir hingestellt. Das ist ein Frontlader. Was? Natürlich. Der Deutsche hat noch den Frontlader oder nicht? Nein, der hat einen Frontlader. Der John Deere und der Rote, der Case. Ach, wo ist denn jetzt der andere? Der muss aber auch irgendwo sein. Nein, der steht hier am Feld. Ich komm mit dem Frontlader hoch für sie. Und den Deutz Pixel, den du grad abgestellt hast, der hat keinen Frontlader. Ja, ich hab's gesehen, ist ja gut. Aber er war grün. Aber was hat der John Deere? Ja, ist ja gut. Sag mal. Also der Deutz, meine ich jetzt. Die haben generell... Deutz? Mit Sicherheit, oder? Hör jetzt auf. Aber der nicht. Wer? Ne, ich meinte Pixel. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Habt ihr's gesehen? Nee, hier. Und der kommt mit voller Carraro an und hör jetzt auf. Da war Sekundenschlaf. Ja, ja. Ich seh das schon. Ich armes, kleines, bemitleidenswertes Pixelchen. Werd gemobbt. Du bist jetzt die Lache weggefahren, oder? Ähm, ja, die unten stand. Die unten stand, ja. Also stand vor der Reifeisen halt noch. Hab noch oben nix gemacht. Pixel mag schon Feierabend. Naja, ist dann. Es sind noch, äh, vier Sekunden. Ahem. So, meine Lieben, wenn's euch gefallen hat, like dalassen. Schaut einander, wobei die stehen in der Beschreibung. Hast du jetzt exakt bis 15 Minuten gewartet? Ja, 15, 6 oder was oder 3. Das hofft. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.